Wenn ihr direkt von eurer Konsole aus streamt, also keinen PC nutzt, sondern direkt auf eurer Playstation den Streaming-Button klickt und loslegt, dann könnt ihr keine Overlays und auch keine Alerts verwenden. Das ist der große Irrglaube bei vielen Streamern. Es gibt eine Möglichkeit, um auf jeden Fall Alerts in den Stream einzubinden, ohne über den PC zu streamen. Wenn ihr also Alerts haben wollt, um das Ganze noch im Stream ein wenig schicker für eure Zuschauer zu machen, dann seid ihr in diesem Video richtig. Wir werden uns heute in dem Video die Stream Alerts Extension von OwnTV anschauen. Die ist nämlich in einer neuen Version gekommen. Schon vor ein paar Monaten hatte ich das Ganze mal gezeigt und das Problem ist nur, es ist jetzt ziemlich anders. Also schauen wir uns das Ganze einmal in dem Video an. Ich zeige euch, wie ihr das Ganze konfiguriert und ich zeige euch natürlich auch, was es euch bringt, wenn ihr theoretisch nicht die kostenlose Variante, sondern die lizenzierte Variante verwendet. Fangen wir am besten direkt auf der Website von Twitch an. Wenn ihr auf Twitch eingeloggt seid, mit eurem Login für euren Kanal natürlich, dann geht ihr auf der rechten Seite oben auf euer Logo und dann auf Creator Dashboard. Im Creator Dashboard geht ihr dann auf der linken Seite ins Menü. Solltet ihr das Ganze eingeklappt sein, einfach hier oben auf die drei Striche klicken. Dann geht das Ganze auf und dann auf Erweiterungen. Bei Erweiterungen geht ihr dann in die Suchmaske und gebt einmal Stream Alerts ein. Enter und ihr solltet hier dieses Logo finden. Free Stream Alerts. Einmal draufklicken, dann öffnet sich die Detailansicht und dann seht ihr auch, dass das Ganze von OwnTV ist. Um diese Extension wird sich das Ganze in diesem Video drehen und was wir als erstes machen, ist natürlich auf Installieren klicken. Habt ihr das getan, könnt ihr direkt hier in dem neuen Pop-up auf Konfigurieren klicken und dann kommen wir schon zum ersten Schritt. Damit die Extension von OwnTV auch richtig funktioniert, braucht sie natürlich Zugriff auf eure Daten von Twitch. Das könnt ihr machen, indem ihr hier auf Grant Permissions klickt. Dann öffnet sich ein neues Fenster und in dem neuen Fenster werdet ihr nochmal gefragt. Soll OwnTV Zugriff auf folgende Daten bekommen? Daten zum Hype Train zum Beispiel, Liste der Abonnenten, E-Mail-Adresse sehen und Bits-Informationen. Alles völlig in Ordnung. Ihr klickt dann auf Autorisieren und danach können wir dann das Ganze auch richtig einrichten. Setup Completed, also Close Window. Und wenn ihr wieder in diesem Fenster seid, müsst ihr eigentlich nur noch auf Check Again klicken und zack, schon ist die Extension fertig verknüpft. Wenn ihr die Extension das erste Mal öffnet, dann seht ihr hier diese Ansicht. Was haben wir denn erstmal? Und zwar als allererstes hier oben werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass es auch eine Premium Lizenz gibt. Keine Angst, ihr könnt das Ganze hier kostenlos nutzen. Mit einer Premium Lizenz bekommt ihr dann weitere Vorteile, also könnt das Ganze noch individueller gestalten. Wir gehen jetzt erstmal durch und ich zeige euch das Ganze, wie es theoretisch funktioniert in der kostenlosen Version. Und danach würde ich euch auch nochmal zeigen, wo ihr sonst eine Lizenz herbekommt und was euch dann so eine Lizenz bringt, beziehungsweise was ihr dann mit dieser Premium Lizenz noch mehr machen könnt. Im ersten Schritt habt ihr die Möglichkeit, die Themes auszuwählen. Und da ist es ein bisschen, naja, ihr müsst aufpassen. Ihr habt hier oben nämlich Free Themes und diese Themes könnt ihr nehmen. Das sind drei Stück und das war's. Dann gibt's da unter New and Noteworthy. Und da denkt man vielleicht, hm, okay, alles klar, ist ja noch unter Free Themes. Wenn ihr da drauf klickt, das funktioniert nicht. Die könnt ihr nicht kostenlos nutzen. Und da unter, klar, da steht auch Premium Themes, die könnt ihr natürlich erst nutzen, wenn ihr eine Premium Lizenz habt. Das heißt, wir suchen uns aus den dreien hier oben einfach ein Alert aus. Ich nehme jetzt mal hier diesen Clean. Da klicke ich drauf und dann müsst ihr auf Install Theme Pack klicken. Dadurch wird dann dieses Theme für eure Alerts installiert. Nach dem Installieren müssen wir das Ganze nur noch konfigurieren. Und dafür springen wir einmal in den Alerts Configurator. Im Alerts Configurator habt ihr nun mehrere Schaltflächen. Als allererstes habt ihr hier oben zum Beispiel die Möglichkeit, eine Preview zu öffnen. Das heißt, es ist ein Fenster, in dem ihr die Vorschau seht, wenn ihr eure Alerts testet. Um einfach zu sehen, wie sieht das Ganze denn aus. Darunter habt ihr dann Test Your Alerts. Und damit könnt ihr dann diese Aktionen ausführen. Das heißt, wenn ihr auf einen dieser Button klickt und ihr habt die Preview geöffnet, das machen wir gleich mal, dann würdet ihr eure Alerts sehen, so wie sie nachher auch im Stream zu sehen wären. Öffnen wir einmal das Preview Fenster und dann schiebe ich das Ganze mal nebeneinander. So kann man ein wenig besser erkennen, was denn passiert. Wir können das Ganze jetzt zum Beispiel mal testen, indem wir hier mal auf den Follow Button klicken und dann würde ein Test Alert getriggert werden. Den Test Alert, den seht ihr dann zum Beispiel hier auf der linken Seite. Dort triggert nun der Alert und ihr könnt euch genau anschauen, wie das Ganze im Stream aussehen würde. Somit habt ihr jetzt die Möglichkeit, alles was ich euch zeige, also die Veränderungen an den Alerts vorzunehmen und jedes Mal zu schauen, wie es dann aussehen würde, um einfach mal zu testen und genau zu sehen, was man da denn macht. Ihr seht hier auf der linken Seite die Schaltfläche Alert Variations. Das sind die einzelnen Variationen, also für die einzelnen Typen. Für Follow, Subscribe, Resubscribe, Donation, Host, Rate und Cheer. Um nun etwas an diesen einzelnen Einstellungen zu ändern, klickt ihr auf die jeweilige Variation. Zum Beispiel gehen wir jetzt mal in Follow rein. Dort bekommt ihr dann die Einstellungen und was ihr dort machen könnt, ist, dass ihr erstmal einen Titel vergebt. In den doppelt geschweiften Klammern sind die Variablen, die solltet ihr auch weiter nutzen, denn diese geschweifte Klammer mit Name wird dann ausgetauscht mit dem Namen des Zuschauers, der euch einen Follow dargelassen hat. Den Text drumherum könnt ihr aber ändern. Zum Beispiel schreibt ihr jetzt im Deutschen hinter Folgt nun und dann vielleicht in der zweiten Zeile, die könnt ihr nämlich auch noch hinzufügen, geiler Typ. So, Punkt. Wenn ihr das Ganze dann speichern wollt, klickt ihr auf Save Changes. Das Ganze wird übernommen und solltet ihr das Ganze dann testen, wir machen das mal und klicken hier auf Follow, dann seht ihr das Ganze dann auch direkt in der Vorschau. Folgt nun, geiler Typ. Wichtig und die Info gebe ich euch auch mit. Es kann sein, dass dieses Preview-Fenster manchmal nicht die Neuerungen lädt. Dann bitte einfach dieses Preview-Fenster einmal refreshen, also neu laden und dann den Test-Alert triggern und schon seht ihr auch eure Änderungen. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr was ändert und links immer noch die alte Variante angezeigt wird. Also das nur mal so als Nebeninfo. Ihr habt dann noch zwei weitere Buttons, nämlich die Lead Variation, was die komplette Variation, also den Alert-Typ komplett löschen würde und Reset to Default. Damit würdet ihr auf die Standardwerte zurückgehen und könnt das Ganze nochmal von vorne konfigurieren. Über Add Alert Variation kommt ein Popup-Fenster, in dem könnt ihr weitere Variationen hinzufügen, solltet ihr diese noch nicht hinzugefügt haben. Jetzt wird bei mir zum Beispiel nichts angezeigt, da ich ja schon für alle Alert-Typen einen Alert habe. Wir schließen das Ganze mal und ich lösche mal die Follows, also Delete Variation, dann ist das Ganze hier eine Liste weg. Save Changes und wenn ich dann auf Add Alert Variation gehe, dann kann ich nun hier in dem Dropdown Follows auswählen und auf Create Alert Variation gehen. Wenn ich nun Save Changes mache, dann habe ich meine Follows wieder als extra Variation und kann hier wieder einen Titel eingeben, zum Beispiel wie wir es eben hatten, Klammer, Klammer, Name, Klammer, Klammer und dann folgt nun. Ausbruchzeichen. Save Changes. Fertig. Aus die Maus. Ihr habt dann noch weitere Schaltflächen wie zum Beispiel Overrates und Advanced Settings. Geht nur, wenn man eine Premium-Lizenz hat und ihr könntet auch die Folds ändern, zum Beispiel Textfarbe und so weiter. Geht auch nur, wenn ihr eine Premium-Lizenz habt. Das Ganze schauen wir uns gleich mal an, denn wir werden uns jetzt mal anschauen, wo bekomme ich eine Premium-Lizenz her und wie richte ich das Ganze hier ein. Eine Lizenz für die Premium-Twitch Alerts Extension, also die Premium-Version, bekommt ihr direkt auf der Website von OwnTV. Ich habe euch einen Link direkt zu dieser Produktseite einmal unten in die Videobeschreibung gepackt und dort findet ihr dann nochmal alle nötigen Informationen. Ihr geht dann einfach auf Get Your Premium-License hier, dann scrollt das Ganze runter und aktuell bekommt ihr mit dem Rabattcode HotHotHot ist aktuell noch 22 Stunden verfügbar. 15 Euro, also 50% Rabatt. Das Ganze für 15 Euro. Ansonsten denkt bitte dran, es gibt auch den Rabattcode Nilsson1489. Der gibt immer 40% Rabatt. Also je nachdem, welche Rabattaktion gerade läuft, nehmt einen Code und schon bekommt ihr das Ganze günstiger. Ihr kauft einfach hier die Premium-Lizenz und nach dem Kauf erhaltet ihr dann einen Key. Und diesen Key, den müssen wir nur noch in der Erweiterung eingeben. Das heißt, wir gehen wieder zurück zu Twitch, zu der Erweiterung und geben einmal den Key ein. Auf der Extension-Seite geht ihr dann auf Redeem Your License und dort gebt ihr einfach euren Schlüssel ein. Also wenn ihr das Ganze kopiert habt, von der Website von OnTV einfach rechtsklicken und einfügen. Danach klickt ihr auf Redeem License. Das Ganze wird aktiviert und nun seht ihr auch, dass schon einiges geladen worden ist. Denn sobald diese Lizenz aktiviert worden ist, habt ihr zum Beispiel unter dem Reiter Defaults nun die Möglichkeit, noch weitere Anpassungen vorzunehmen. Und hier ist zum Beispiel die Möglichkeit, den Alert-Steal, also ob das Ganze ein Banner, Above oder Side sein soll, ein Image auszuwählen. Also ihr könntet hier theoretisch auch eigene Bilder hochladen. Ihr könnt eine Fond-Family auswählen, also eine Schriftart, die Schriftgröße ändern, die Schriftdicke ändern, die Schriftfarbe ändern, Schrifthighlightfarbe ändern und Animationen ändern. Also ihr könnt eigentlich alles ändern und euren Alert sozusagen so designen, wie ihr das Ganze haben wollt. Und auch wenn ihr in die einzelnen Alert-Variationen geht, zum Beispiel im Machen wir das Ganze hier mal bei Follows. Dann findet ihr bei Follows nun auch mehr Settings. Das Ganze sah ja so aus in der kostenlosen Version. Und ja, in der Premium-Version habt ihr dann auch die Möglichkeit, pro Alert-Variation nochmal Schriftfarbe, Schriftfamilie, also Schriftart und so weiter zu überschreiben. Das heißt, spezifisch für die einzelnen Variationen nochmal andere Einstellungen zu tätigen. Das macht es natürlich ziemlich, ziemlich genial. Wenn ihr hier nichts eintragt, dann werden einfach die Default-Settings genommen. Also das, was ihr bei Defaults ausgewählt habt. Und wenn ihr dann nochmal zurückgeht auf den Theme-Store, dann bekommt ihr natürlich jetzt auch eine größere Auswahl an Themes. Wenn ihr hier mal runterscrollt, das sind alles Premium-Themes, die ihr dann nutzen könnt. Und wenn ihr diese auswählt, zum Beispiel hier so ein Valorant-Theme und auf Install Theme-Pack klickt, funktioniert das Ganze auch wunderbar. Das Theme ist nun aktiviert und wenn wir nun zurück in den Alerts-Configurator gehen, dann einmal zum Beispiel einen Follow-Triggern, dann seht ihr, dass nun das neue Theme-Packet geladen wird. Hier habt ihr nun einen Valorant-Style-Alert. Ziemlich, ziemlich cool. Zum Abschluss möchte ich euch natürlich noch zwei Dinge sagen und zwar, ihr selber seht auf eurer Konsole nicht die Alerts. Also das Ganze wird nur bei den Zuschauern mit angezeigt und nicht bei euch auf der Konsole. Ihr seht weiterhin nur euer Gameplay und das war's. Die Alerts werden bei Twitch getriggert und dort gibt es auch noch einen Zusatz. Solche Extensions von Twitch, die funktionieren nur im Desktop-Betrieb. Das heißt, wenn jemand mit dem Smartphone oder dem Tablet zuguckt, dann funktionieren diese Extensions bis jetzt noch nicht. Also wundert euch nicht, wenn ein Zuschauer zuschaut und sagt, da kam ja gar kein Alert. Wenn der nämlich auf dem Smartphone oder Tablet zuschaut, sieht er auch kein Alert. Das sehen die Leute, die auf dem PC zuschauen. Aber damit sind wir dann auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, diese neue Version des Videos zu der neuen Version der Free-Stream-Alerts von OWN TV hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir noch einen Daumen hoch da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao!